Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh, ich komm... Ich komm fast ran. Gut. Noch kleines Stück. Alles in Ordnung, Kinder? Außer der Tatsache, dass wir kalt, nass, hungrig und erschöpft sind, ist alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Ich hasse die kalte Zeit. Daran ist überhaupt nichts Gutes. Und die hartes Wasser-Naschereien? Hartes Wasser-Naschereien? Was ist denn das, Meister Plattnase? Hartes Wasser-Naschereien sind süße Blasen eingeschlossen von hartem Wasser. Ach, gute Güte. Ich glaube, so etwas habe ich noch niemals gefuttert. Das überrascht mich nicht. Hartes Wasser-Naschereien kann man nur am ersten Tag der kalten Zeit finden. Ach, das ja heute. Vielleicht können wir sie erfinden. Ach was, Schnickschnack. Diese hartes Wasser-Naschereien sind doch Hirngespinste. Nein, Vater Dreihorn, ich muss dich korrigieren. Das sind keine Hirngespinste. Ach ja? Also, wenn es sie wirklich gibt, warum habe ich sie dann noch nie gefunden? Weil sie sehr schwer zu finden sind. Das ist nicht witzig. Baum-Naschereien. Baum-Naschereien. Und Wassernaschereien. Baum-Naschereien. Manchmal glaube ich, Vater Dreihorn liebt es sich zu streiten. Sera! Ja? Littlefoot. Genau wie die zwei. Sie sind alle so sehr damit beschäftigt zu reden, dass sie den Gesang der Baumsterne nicht hören können. Da ist schon wieder dieses neue Grünfutter-Lied. Wenn die hartes Wasser-Naschereien so schwer zu finden sind, wie kann man sie dann finden? Naja, man muss auf einem bestimmten Berg am Rande des großen Tals nachsehen. Das ist keine leichte Reise. Das hat uns doch noch nie abgehalten. Also, um sie zu bekommen, müsst ihr zu dem Baum mit den zwei Stämmen gehen. Baum mit zwei Stämmen, klar. Von dort aus haltet ihr euch rechts und lasst den Berg links liegen, bis ihr zu dem Wasserfall kommt. Zum Wasserfall. Geht hinter den Wasserfall um die große Klippe herum bis zur stürmischen Schlucht, Kinder. Stürmische Schlucht, ja. Und dort, ganz oben, findet ihr sie mit etwas Glück. Seht ihr? Selbst er weiß nicht einmal genau, wo sie sind. Klingt, als wären sie schwer zu finden. Sicher, aber dafür sind sie auch die leckersten Leckereien, die ihr euch vorstellen könnt. Zuerst sind sie kalt und knackig, aber wenn ihr in sie reinbeißt, dann sind sie saftig und süß. Oh, das sind sicher die wohlschmeckendsten Dinge, die ich nicht gegessen habe. Naja, wenn man auf süße Sachen steht? Pah, also ich habe sowas noch nie gesehen. Du solltest den Kindern nicht von Sachen erzählen, die es nicht gibt. Tja, du musst ja nicht daran glauben, wenn du nicht willst. Ich glaube ihnen, Meister Plattnase. Und ich möchte versuchen, sie zu finden. Wenn ihr mir eine hartes Wasser-Baumnascherei bringt, teile ich mit euch meinen Baumstern-Anteil. Hä? Also, wenn ihr mir eine hartes Wasser-Nascherei bringt, dann gebe ich euch alle Baum-Naschereien des großen Tals. Wirklich alle? Äh, naja, also, ähm, also, also, ähm, alle, die ich finden kann. Hey, das hört sich gut an. Ja! Ja! Hm? Hm. Was ist denn jetzt schon wieder los? Machen alle mit? Ja, zischen wir los! Los zischen? Wohin denn? Hm, ich weiß, was das bedeutet. Ah, das neue Baumstern-Lied wird lauter. Da ist er! Hm? Von hier kommt das nicht. Das neue Baumstern-Lied kommt von irgendwo anders höher. Da, es kommt von da drüben! Wollen wir nicht lieber da lang gehen? Ja toll, das gefällt mir. Da ist es schon wieder. Wir gehen hier lang, Spikey. Ja, das tun wir, das tun wir. Spike! Wenn lautes Geräusch dann hartes Wasser manchmal runterfällt und macht ganz großes Gerutsche von die Berg auf uns. Wow! Wie wollen wir denn dahinter gelangen? Na ja, wir besser gehen vor die Wasserfall herum. Nein, Petri. Meister Plattnase hat gesagt, wir sollen hinter dem Wasserfall gehen. Nein! Oh! Ah, die streiten sich schon wieder. Muss das wirklich sein? Nein, der Wasserfall ist so laut, dass man gar nichts anderes mitkriegt. Spikey? Hä? 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 Spike, jetzt lauf nicht dauernd weg und bleib bei uns. Verstanden? Hä? Ist das kalt? Das Wasser ist selbst für einen Schwimmer zu kalt. Oh ja! Oh ja! Oh ja! So schlimm war das doch gar nicht, oder? Äh, also ich finde schon. Da, da! Große Klippe vor uns! Stürmische Flucht auf anderer Seite! Wieso stürmische Flucht? Petri, es heißt stürmische Schlucht! Ist völlig egal, wie heißt. Hauptsache wir Gefindeten. Ah! Jetzt mir auch klar, warum heißt stürmische Schlucht. Hm. Hm. Ja, von da kommt das neue Baumsternlied. Hier sind wir goldrichtig. Nein, Petri. Meister Plattnase hat gesagt... Nein! Petri! Seht mal, wo Spike hinläuft. Wenn er das kann, dann können wir das auch. Wir können? Wir wissen es nicht, bevor wir es tun. Ja, auf geht's! Endlich, wir sind oben. Und wo sind jetzt die hartes Wasser-Naschereien? Hier oben sind die doch garantiert nicht. Meister Plattnase hat gesagt, dass man sie schwer findet. Vielleicht wir alle müssen besser suchen. Ja. Oder mein Papsi hatte wie immer recht und es gibt sie überhaupt nicht. Hm. Hm. Hä? Wo kommt das her? Es ist ganz laut, so als würde ich direkt davor stehen. Meister Plattnase hat sich das doch nicht ausgedacht. Sie müssen hier irgendwo sein. Ihr zu laut. Oh nein, es gibt sie nicht. Und ob es sie gibt. Es gibt sie nicht. Es gibt sie doch. Es gibt sie nicht. Nicht zu laut reden, Freunde. Es gibt sie doch. Es gibt sie nicht. Es gibt sie doch ganz klar. Es kommt von hier irgendwo. Das neue Lied kommt von den süßen Blasen, die von hartem Wasser eingeschlossen sind. Und das müssen sich die anderen ansehen. lol Oh 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 all... Freundin! Hattes Wasser runterfällt! 'll du raus? Oh nein! Oh doch... Oh nein! Oh nein! Zu gehört! Nein! Ruhe ich! Oh? Steinrutsche! Jaaaaaaahh! Jaaaaaaaaaaaaaaaaah! Yeahaaaaaaaaaah! Haltet durch, Freunde! Ich komme! So was passiert immer, wenn wir auf Abenteuerreise gehen. Oh, ich bin. Spiky, bist du das? Spiky? Danke, Spiky. Hey, wir sind auch noch hier. Spiky, 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 Spiky. Spiky, 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 Spiky. Oh, das keinen Spaß, nein. Bist du auf dem Weg nach unten auf hartes Wassernaschereien gestoßen? Jetzt lauf nicht wieder weg, Spiky. Aber wenn Spiky nicht weggelaufen wäre, als er weggelaufen ist, dann hätte ihn das harte Wasser so wie uns verschüttet. Und dann hätte er uns nicht retten können. Oh nein, nein, nein. Ja, zu blöd nur, dass Spiky uns nicht vor Liddlefoots Idee, die hartes Wassernaschereien zu finden, retten kann. Aber ich weiß, wo sie sind. Was immer ihr auch zu sehen erwartet, es ist ein Blick wert. Aber wenn noch andere Rutsche auf uns rauf fallen. Oh, wartet auf mir. Haltes Wassernaschereien. Haltes Wassernaschereien. Ich bin beeindruckt, ihr habt die hartes Wassernaschereien wirklich gefunden. Wenn Spiky nicht gewesen wäre, hätten wir sie nie gefunden. Nein, nein, nein. Da ist was dran, Spiky. Also schön, hier für euch. Das ist alles, was ich finden konnte. Und war's mit die da? Petri, die kriegt keiner runter. Ach ja? Na dann pass mal auf. Das hättest du wohl nicht gedacht, hm? Wieso? Vielleicht würden sie sich weniger streiten, wenn sie mehr essen würden. Weißt du, manchmal wünsche ich mir, wir könnten ein bisschen so wie Spike sein. Ja, ich auch, Rubi. Oh ja, oh ja. Oh ja. Oh. Oh ja, oh ja. 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 Vielen Dank.